Und bei uns ist König Banzer von Ghana. Herr Banzer, was wünscht sich ein König, der hier in Ludwigshafen lebt, für das Jahr 2011? Viel Arbeit, damit er meine Steuern zahlen kann. Und persönlich? Persönlich? Ich wünsche, wichtig in dieser Erde ist Geld. Ich bin gesund. Ich trinke keinen Alkohol, ich rauche nichts, ich bin gesund. Für mich Nummer eins ist Geld. Ohne Geld kann ich gar keine Art besuchen. Und wenn ich keine Art besuchen kann, dann bin ich krank. Was passiert? Dann muss ich sterben. Für mich ist Geld Nummer eins.